Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Gestern kam ein Paket an, darauf habe ich schon etwas länger gewartet. Aktuell ist da ein bisschen Verzögerung drin. Ich setze euch natürlich den Link unten ein und zwar geht es nochmal um die Campus Tüte. Und zwar habe ich von denen eine E-Mail bekommen, dass sie aktuell oder zu diesem Zeitpunkt Tüten rausgeben für 8,95 Euro, also Friends Tüten. Zwei Stück wert, bis zu 60 Euro. Und ich habe gedacht, na was möge da drin sein und dachte, komm einmal bestellst du noch. Und das habe ich getan. Und das Paket kam gestern an. Zehn Minuten bevor ich zu Hause war, stand es nämlich schon vor der Tür und ich habe mich mega gefreut. Und ich hebe das an und denke so, ist das schwer. Und schaut mal, das hat sage und schreibe da 16,6 Kilo. Es ist so schwer. Es ist echt so schwer. Und das packen wir jetzt aus. Das möchte ich euch zeigen. Ich verlinke euch die Seite nochmal unten. Vielleicht habt ihr auch eine E-Mail bekommen, wo drin steht, ihr könnt so ein Paket kaufen. Aktuell ist die Lieferzeit ein bisschen was länger. Vielleicht sind sie auch schon ausverkauft. Ich kann es euch nicht genau sagen, wie es zu diesem Zeitpunkt steht. Aber wenn das Video hochgeladen ist, gucke ich, also wenn es hochlägt, gucke ich direkt nochmal auf der Internetseite und gucke, dass ich euch verlinke. Ich habe es schon aufgemacht, weil ich einfach ein bisschen neugierig war, was drin ist. Und zum einen habe ich ein Cheesecake drin gehabt mit solchen Streuseln. Den brauchen wir nicht backen. Und ich freue mich sehr, sehr drauf, diesen mit dem Zwerg zu backen. Dann nochmal eine Flasche von diesem Blanchet Jolie Wein. Ich habe meinen verschenkt. Man hat sich sehr drüber gefreut und sagt, der schmeckt sehr, sehr lecker. Dann waren zwei von diesen Tüten drin. Also sich prall gefüllt bis Oberkante. Hier ist nochmal ein Extrabeutel drin. Und es lag noch ein bisschen Papier drauf. Das habe ich schon weggemacht. Also zwei von diesem Beutel. Lässt sich auch gut transportieren. Schön über die Schulter hängt. Finde ich sehr gut. Und ich werde auf alle Fälle ein oder zwei davon verschenken. So. Ich kann die Tüte nicht rausziehen. Ich habe Angst. Ich mache was kaputt. Wir fangen an mit der ersten Tüte. Da freue ich mich auch sehr, weil ich hatte es beim letzten Mal nicht drin. Ein Faux-Matte-Zitrom. Da bin ich sehr gespannt, wie das schmeckt. Und dann, wie üblich, das Bier. Kann man, ich sage mal gepanscht, also mit ein bisschen Zitronenbrause oder Orangendrause oder Cola, kann man das gut mixen. Dann schmeckt das recht lecker. Dann einmal Alpro Barista Hafer. Ihr wisst, es kostet um die zwei Euro. Da ist noch ein Coupon mit dran. Dann ist hier einmal drin, einmal Tasty Donut Creme Pflegecharme. Dann ist hier ein Energy Cola. Dann ist hier ein Wake Up oder WK Coffee Shot. Den hatte ich beim letzten Mal auch nicht drin. Das ist ein Kaffeegetränk. Da bin ich sehr gespannt. Dann ein Mini Spray. Das soll wohl sehr gut riechen. Wir haben es immer noch nicht getestet. Dann haben wir hier verschiedene Prospekte über das Bier. Dann ein Coupon-Code. Da habe ich gehofft, dass ich meinen Kaffee mit drin habe. Muss man gleich mal schauen. So weit habe ich nicht geschaut. Das ist zum Coupon-Code. Dann haben wir hier Over-Martine Rocks. Die sind sehr lecker. Dann haben wir hier ein Ruizis. Jetzt kann ich die Tüte rausnehmen. Dann sind hier... Auch dein IQ braucht mal einen Ruck beim Lernen. Aha. Da sind zwei Stück drin. Dann wieder ein Tee. Und dieser Energy-Riegel. Dann nächste Tüte. Nochmal ein Fruma-Tee. Hier ist dann einmal Aronal und Elmex. Super für unterwegs. Finde ich sehr, sehr gut. Wir wollen demnächst nochmal Zelten fahren. Ein Bier. Oh, ein lecker riechendes Fahrdusch-Gel. Oh ja, sehr, sehr gut. Freue ich mich auch sehr drüber. Dann ein Reezes. Over-Martine Rocks. Dann diese Deo-Creme habe ich noch nicht getestet. Soll aber sehr gut sein. Das ist so ein kleines Pröbchen in so einer kleinen Dose. Dann nochmal ein Shot. Das Schöne ist, ich teile diese Dosen ja immer sehr gerne mit meinen Arbeitskollegen. Und die freien sich immer sehr drüber. Oh, eine Flasche Wasser. Storm. H2O und Koffein. Oh, das ist auch gut. Die nehme ich mit auf die Arbeit. Dann haben wir hier nochmal ein Tasty-Creme-Schaum. Dann haben wir hier, das ist irgendwo abgegangen, Remix. Gleich mal schauen. Dann haben wir hier den Tee. Nochmal die Tabletten. Dann Blutspenden, ein Backcode. Ah, hier ist es abgegangen. Clean Hands, More Friends. Ah. Dann nochmal ein Energy-Riegel. Werbung. Und dann sind noch drei Werbezettel drin. Aber nichts weiter Interessantes. Und zum Schluss kommt dann dieser Extra-Beutel. Da war einmal dieses Buch drin. Lächeln. Einfach in Kommunikation. So. Und dann gucken wir hier mal rein. Da haben wir nochmal einen Schaum. Dann die Creme. Over Martine Rocks. Die Zahnpasta. Nochmal ein Durchgeh. Finde ich sehr schön. Kann man verschenken. Das kann man auch verschenken. Dann haben wir hier. Den habe ich probiert. Finde ich sehr lecker. Die etwas stärkere Variante schmeckt noch etwas besser. Oh, gibt es als Karamell auch. Also sehr gut. Ich glaube hier ist sogar ein Coupon mit dran. Nein, das ist nur Werbung. Dann ein Tee. Oh, darüber freue ich mich sehr. Oh, da sind sogar zwei Gläser drin. Ach, wie cool. Und zwar gibt es von Bautzner süße Auersoße. Mega cool. Wartet. Ein bisschen aufpassen. Nochmal. Ei, wie cool ist das denn? Dann. Soupquickie. Tomate. Mascarpone. Rucola. Trink Suppe to go. Trink mich kalt oder warm. Das ist ja cool. Aber ich glaube, draus trinken. Hier, guckt mal. Dann ein Ruiz. Dann haben wir hier Bitburger Apfel Cedar. Das finde ich sehr cool. Cola Cedar Mix. Da bin ich sehr gespannt. Das wollten die Männer beim letzten Kämpfen trinken. Dann haben wir nochmal das Wasser. Lassen wir langsam Platz machen hier. Und dann sind hier noch Rothaus Zitrone. Naturradler ohne Alkohol. Da freue ich mich sehr drüber. Das werde ich probieren. Da werde ich euch nochmal berichten. Ja, davon sind coole zwei Flaschen drin. Werde ich mir kalt stellen. Und probieren. So. Und das war alles nochmal in einem Beutel. Also drei Beutel sind es. Und jetzt werde ich euch alles zeigen, was so gesehen für 8,95 drin war. Und ich bin echt, echt, äh, happy. Warte mal, ich nehme mal aus dem Halter. Und zwar dieses hier. Dieses. Also für so kleine Sachen zum Verschenken, zum selber probieren, ist das eine Megatüte. Also ich finde es super klasse. Wie gesagt, ich setze euch den Link unten in die Infobox. Und freue mich beim Verschenken und selber probieren. So, ihr Lieben. Jetzt mal gucken. Wo muss ich denn? Den Halter jetzt hier. Und dann würde ich sagen, tschüss ihr Lieben, bis zum nächsten Video. Ach, wie cool. Da freue ich mich. Da, da, da. Und das hier. Voll cool. Bin ich echt gespannt. Und das Mathe. Und den Kuchen. Und ach, alles. Ihr Lieben. Ich höre schon auf. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.